Hey Fredi, du tust jetzt was für deine Bikini-Figur. Was soll denn das? Der Hund ist schwanger. Nur weil du die Geburt nicht leisten kannst. Vorher hast du gesagt, du isst nichts mehr und jetzt knallst du da in der Box heute. Nur weil der Chef auch nicht bringt und der Clemens auch nicht brennt. Nein, ich isst zum Mittag noch einmal rüber noch einmal. Oh ja, ich weiß eh wie er bei mir daheim gearbeitet hat im Garten. Der Hund hat zwei Wochen länger gebraucht dafür, weil es drei oder vier mehr am Tag was zum Essen gegeben hat. Lass es dir schmecken, Fredi. Das ist ein Wahnsinn.